Jo liebe Leute, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario-Video und zwar heute haben wir drei Spiele, die an sich überhaupt nichts mit Mario zu tun haben, wo aber kleine Easter Eggs von Mario versteckt sind. Und so ein Thema finde ich immer ganz interessant, deswegen habe ich mir gedacht, komm, das Video haue ich für euch raus und zwar, wenn ihr kein weiteres Nintendo Mario-Video verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, denn ich habe gesehen, es sind wirklich die meisten Klicks auf meine Videos sind von Leuten, die nicht abonnieren und wenn ihr schon die Videos guckt, dann könnt ihr auch kurz auf den Abonnier-Knopf drücken, es ist kostenlos und ihr kriegt dann immer neue, knackige, kurze Nintendo-Mario-Videos auf euer Smartphone oder sonstiges. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Easter Egg und zwar, das erste Spiel ist ein Spiel von Ubisoft. Ubisoft hat auch Mario und Rabbins entwickelt und wie ich jetzt so bemerkt habe, sind die in ziemlich enger Kooperation mit Nintendo und das schon zu Wii U-Zeiten, denn auf Wii U kam auch Rayman Legends raus, was ein Nachfolger von Rayman Origins war, was sind, das sind wirklich geniale Sidescrollern und wenn ihr Mario-Sidescroller oder gemeint Sidescroller mögt, dann liebt ihr Rayman Legends und das Ganze kam für die Wii U nochmal raus und natürlich, wie man Nintendo kennt, haben sie das Ganze mit ein bisschen ihren eigenen Charme noch auf die Plattform gebracht und zwar gab es dort ein Mario- und ein Luigi-Outfit für Glowbox und Rayman, was einfach nur genial aussieht und einfach den Stil von Nintendo nochmal untermalt. Blizzard mit ihrem World of Warcraft, was ja wirklich ein Kultspiel, ein Kult-MMO, wenn nicht das Kult-MMO-RPG aller Zeiten ist, aus dem Jahre 2004. Das Spiel ist allgemein ohnehin vollgepackt mit Easter Eggs und Anlehnungen, Referenzen an irgendwelche Popkultur-Medien, ob es jetzt Filme oder Spiele sind und natürlich ist Mario auch nicht davon gekommen und zwar nicht nur er, sondern auch Luigi. Beide existieren in WoW, sie tragen dort den Namen Larion und Muijin. Der eine trägt rot, ist etwas kleiner, der andere ist grün, ist ein bisschen größer, beide haben sie Hämmer in der Hand. Dazu kommt am Ende von deren Questreihe, muss man noch so eine Art Piranha-Pflanze besiegen. Außerdem kriegt man ein Item, was Red Speckled Mushroom heißt, was einen Heal-Over-Time gibt und zufällig hat der Pilz auch noch zwei Augen, Leute. Einfach eine legendäre Anlehnung. Das nächste Mario Easter Egg kommt auch aus einem Spiel, was ich wirklich sehr schätze und was ich wirklich viel als Kind gespielt habe und zwar Spyro A Hero's Tale, auch aus dem Jahre 2004, was für die Playstation 2, Nintendo Gamecube und auch für die Xbox erschienen ist. Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass Spyro allgemein für mich circa den gleichen Stellenwert hat wie Mario, weil ich ein extremer Spyro-Fan bin und mich auch extrem freue auf das Remastered dieses Jahr. Aber darum geht es nicht. Auf jeden Fall im Spiel Spyro A Hero's Tale aus dem Jahre 2004, dort gab es mehrere Anlegungen an Mario und zwar einmal gab es da diesen Roboter, der eins zu eins die Kleidung von Mario trägt. Er trägt auch eine rote Käppi mit einem weißen M drauf, er heißt nämlich Mergatroid. Außerdem hat der Professor am Anfang noch das Spiel so ein bisschen nicht ernst genommen und die sammelbaren Objekte infrage gestellt und hat auf Joke denn so ein paar sammelbare Objekte in anderen Jump'n'Runs aufgezählt, wie unter anderem die Powerstars oder Münzen oder Herzteile, was auch wieder Nintendo Referenzen sind. Ja Leute, es gibt noch weitere Games, unzählige Games fast schon, wo es weitere Mario-Nintendo-Easter-Eggs-Anlehnungen gibt. Wenn ihr Bock habt auf weitere solche Videos, einen Daumen nach oben, Leute, dann weiß ich, dann mache ich noch ein paar Parts. Ich habe gedacht, drei oder fünf in einem Part ist knackig und ist gut zu konsumieren, deswegen habe ich das so gehalten. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss, euer Theo. Bis zum nächsten Mal.